Die deutsche Sprache muss sich ganz oft vorwerfen lassen, dass sie nicht besonders bildreich ist, sondern knapp und präzise. Wer kennt das nicht? Du bist bei der Familie eingeladen, bei Freunden. Es ist ewig spät geworden. Ich meine, wie läutest du da den Aufbruch ein? In England, ach, da würden die ewig rumeiern. Oh gosh, darling, it's terribly late. Thank you for this marvelous evening, honey. But I guess we have to leave you now because we have to get up very early tomorrow morning. In Deutschland genügt ein Wort. So.